Hallo, ich bin jetzt in meinem Tonstudio mit meinem neuen Mikrofon. Ich werde mal eine Melodie spielen auf meinem Keyboard. Heute ist Mitte September. Das heißt, es ist nicht der 15. September, sondern der 14. September. Morgen ist der 15. September und dann, aber dann muss ich mein Billet abgeben für die Party. Nicht das Autopillet, nein, das für die Party. Heute, am 14. September, hatten wir noch so um die 29 Grad. Morgen hat er, was heißt er, wer ist er, 30 Grad. Dann ist der letzte Party da. Dann werde ich das letzte Mal in die Party gehen. Ich spiele mal eine Melodie, die ich empfinde, welche ich heute verspürt habe. Und welche ich empfinde, weil morgen der letzte Partytag ist. Ich spiele mal die Melodie. Ich spiele mal die, die ich vermorgen empfinde als Vorfreude. So ist meine Vorbreite vom Morgen. Gleichzeitig auch traurig, weil es der letzte Partytag ist. Dann muss ich warten, sieben Monate.